Die hierzu erwerbende gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Eschborn. Das im Jahr 2000 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentral heizt und beheizt. Die Immobilie ist barrierefrei zugänglich. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 66 Quadratmetern. Der Kaufpreis für Immobilie beläuft sich auf 208.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.